Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meets TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind wieder alle zusammen. Und heute schauen wir tatsächlich noch einmal zurück ins Jahr 2019, denn unser Go-To-Win-Compilation-Channel hat ein Best-Off gemacht aus den besten Wins des Jahres 2019 von seinen Compilations, die er da monatsweise raushaut. Cooler Channel, ich hoffe auch eine coole Win-Compilation. Viel Spaß. Hey, die Musik ist heiß. Ma! Ei! Ma! Ei! Ma! Oh nein! Der zieht, komm schon. Schade. Oh, das ist cool. Wir sind... Wir sind abgefahren. Ja, Mann! Guck mal, Peter, pass auf! Jetzt! Du weißt nicht, wovon ihr redet. Mann, ich weiß, das war so ein guter Moment. Das war so klar. Und jetzt bricht er ein, Mann. Wenigstens ist es natürlich doch herausgegangen. Wen macht das Chicken? Who made it? Who made it? Why? Because I love it! Das kenn ich. Komm, ne Taube. Hallo, wow! Wow! Das war echt nicht schlecht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das ist doch ein E-Krombacher-Spezi. Das ist polarer Spezi, das mittlere. Das ist toll. Das ist eine Win-Kombination? Ja, guck dir das doch mal an, megagut. What the f... Wenn du keinen Kran zur Hand hast? Nein. Nein! Wie häufig das vorher wohl schief gelaufen ist. Du bist... Du bist... Yo, Alter! Ja, Mann! Ja, Mann! What the f... Was? What? Hat er wohl ein bisschen Wasser dabei gehabt. Als Robin eine Maschine gibt. Krass. Ja, Mann! Sie sieht deswegen auch die Masken an, damit ich... Wenn die lachen müssten... Ja! 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 Hey! What the f... Der Spiegel! Okay, das... Starker. Du bist das dumm! Ich habe keine NHL gerade. Oh, die Zangen liegen! Vorne denkt sich auch nur so, was? Ich will zu meiner Bahn! Da denk ich mir auch gerade, was ist das? Fucking Flash Mob! Erster Versuch! Das wär cool gewesen, wenn die noch gefilgt wären! Das kenn ich, das kenn ich! Oh nein! Oh nein! Okay, das ist awesome! Ah, das kennen wir! Oh mein Gott! 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 Oh Christian, das ist geil oder? Das war doch mal geil! Oh mein Gott! 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 Das ist ein Wasserwerfer, das machen die, glaube ich, für den Smog gegen den Smog. Schön, dass das eine Win-Compilation ist. Ja, sozusagen. Ich würde aber auch glauben, das haben wir schon mal gesehen und genau das gleiche gesagt. Bei der Aktion hätte ich auch gerne eine Fail-Compilation, wenn man so blöd ist. LOL! I make the catch on the ball! Voll nice! I hope nobody got a video of that. Eier Eier! Beste deutsche Memes, Junge! Ey, das ist nichts kaputt! Ich hab's auf Video! Nein! Wie viele Autos haben die, bitte? Ja, da bin ich erzaust! Holy shit! Ist das denn erlaubt? Der Zug zu hier, Tom, oder? Ja! Es geht über die Tür zu! Das ist ein Maßband gewesen! Es geht automatisch die Tür zu! Alter! Was seine Choeren! Das ist ein Maßband! Ich höre! Ich höre! Ja, ich höre! Ha ha! Erster Versuch! Wie cool ist das denn, bitte? Okay, das ist nice. Wow! What? Jetzt bin ich ihn gefangen. Holy shit. Oh Gott, Fußballspieler, okay. I'm not even mad, bro. Nice. Das hat er aus der anderen Festlegung gesehen. Was hat der denn für einen Bauch? What the fuck? Mein Gott. Nice. Also, krass. Ja, das ist cool. Krass. Keine Geduld für immer. Kommt die Auflösung? Oh, das hab ich auch schon mal gesehen. Das sieht einfacher aus. Ja. Oh, now I see the twist. Das war Dunkey. Nein! Nein! Ah, endlich mal Menschen-Sport. Boah, die sieht das seit zwischendurch aus wie Green-Screen, Alter. Silent Disco Barbecue. Oh mein Gott! 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 What the fuck! Ah, der erste fällt umher! Seine Nudeln sind gefroren. Cool. Das ist schön, der Geräusch, wenn man aufschnitt. Ja, das stimmt. Okay. Nice. Hahahaha! 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 Eee! Hahahaha! Was der hell ist das hier da für'n Scheiß? Hahahaha! Oh mein nice! Ist. wieder unterfrei, Alter. hua! Holy shit! WTF? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Noo, what did you do? What are you doing? Oh mein Gott. Sie will auch einen Antrag machen. EEEEEE! Hahahaha! Okay, das ist ziemlich cool. Wow Never been done in competition Oh Hahaha 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 Ja Jay, das ist doch für dich oder? Ja, voll geil Drolek oder so? Oh ja, oh ja Von Doktor U Mega nice Ja What? What? Könntest du dir aber nicht glauben Ja, wenn die sich so freuen, haben die dafür ein paar Mal Sprechen Nice Ja 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 Nein Hahaha Das ist krass Das ist krass Ah, Peter kannste das noch nicht Ne, dann in der Achterbahn kann ich noch nicht Ne, dann in der Achterbahn kann ich noch nicht Das kann ich nicht mal im Video spielen Ja Hahaha Hahaha Höh Höhö Höhö Oh Gott Oh Gott Höhö 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 Oh, die fette, faule Katze Ja, aber Ja, das war Sepp, ne? Ja, hab ich gebaut. Aber das ist schon ganz so bequem. Als ob das auf dem Boden liegt und er einfach nur über den Boden krabbelt, ey. Äh, auch Riesen sind krank. Halt's auf! Ich hab wohl letztes Mal in den Kommentaren gesprochen, wie das funktioniert. Wie denn? Ja, es ist ein Projektor und ne Kamera draußen, ne? Schade. Schade. Schade, dass ein Projektor und ne Kamera das ist. Ne, ne. Ja, das war auch geil. Das war, das ist tatsächlich richtig geil. Dafür ist halt TikTok doch manchmal ganz cool. Ja, nur leider haben die die rechtliche Musik. Ja. Aber das, was die ja machen, ist cool. Ja, das war auch cool. Ich bin immer noch so geil, Alter, weil er immer die Nachbarschaft applaudiert. Ja, Bram, hast du geübt, ne? Jetzt sind wir da. Ja, zwei Wochen lang. Ja, krank. Wohlgemerksam. Oh, schön. Oh, die Bayern wieder. Hey, Ferne! Kannst du auch immer wieder gucken. Ja. Ist halt so nice. Steven, ich entoph了 dich. Ist halt so schnell und habt ihr schon зв minded. Das letzte Mal noch mal Herze werben. Ja, aber wirklich. Das war eine sehr schöne Compilation. Von vielen schönen Momenten, muss ich sagen. War ja auch Best of 2019, weder. Wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Ja, hätte ja sein können, da hätte ein Scheiß-Best of wäre. Aber das war ein geiles Best of. Genauso viel guter Scheiß passieren. Hoffentlich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr kein React verpassen wollt, schaltet auch morgen wieder ein. Oder benutzt die Glocke. Bis dahin, haut rein. Ciao.